Herzlich willkommen zu dieser Tutorial-Serie. Mit diesem Tutorial möchten wir Ihnen die Vorteile und die Anwendung der Prisma App erläutern. Was ist Prisma App? Prisma App ist eine mobile Applikation zur Unterstützung von Patienten, die ein Löwenstein Medical Schlaftherapiegerät nutzen. In Prisma App werden therapiebezogene Informationen bereitgestellt und Sie können bestimmte Funktionalitäten in Ihrem Therapiegerät auch fernsteuern. Damit bietet Prisma App einen umfassenden, sicheren Zugang zu Ihren Therapiedaten und dient als Informationswegweiser. Welche Geräte sind kompatibel mit Prisma App? In Verbindung mit einem externen Modem sind die Geräte der Prisma Smart-Serie und der Prisma Line kompatibel. Die Prisma Line Geräte mit dem Touchscreen und die Prisma Smart-Serie mit dem externen Modem. Die Plus- und Max-Varianten der Prisma Soft und Prisma Smart-Serie können aufgrund des integrierten Bluetooth direkt mit Prisma App gekoppelt werden. Und jetzt viel Spaß mit Prisma App und viel Erfolg! INFG Kon lit shoes innere Prisma tweel extrem Оn d